Hallo, ich bin der Christoph. Ich wohne und studiere hier am Campus Benediktbeuern. Ich studiere im fünften Semester Soziale Arbeit und heute wollen wir ein bisschen mehr über den Studiengang erfahren. Dafür treffen wir später den Studiendekan. Aber vorher würde ich sagen, schauen wir uns ein bisschen am Campus um. Kommt mit! Der Campus befindet sich im Herzen einer sehr alten Klosteranlage, die vor vielen Jahren von den Benediktinern und seit etwa 90 Jahren von den Salesianern Domboskos bewohnt wird. Es ist zwar ein kleiner Campus, dadurch aber sehr familiär und es ist sicher nicht langweilig. Unsere Bibliothek ist ein Ort geballten Wissens. Und für die Aktivitäten nach den Vorlesungen treffen wir uns gerne in der Caféte. Wenn du Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen unterstützen möchtest und gern herausfordernde Situationen löst, dann ist Soziale Arbeit genau das Richtige für dich. Durch das Studium erwirbst du profondierte wissenschaftliche Grundlagen und umfangreiches praktisches Know-how, um die soziale und gesellschaftliche Entwicklung von Menschen zu stärken. In deiner Arbeit als Sozialarbeiterin wird es zum Beispiel um die Themen soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Respekt der Diversität gehen. So kannst du Menschen bestärken und motivieren, ihr Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Ich studiere echt gern hier in Benediktbeuern, aber mein persönliches Highlight war mein Auslandssemesterpraktikum in Irland, wo ich in einer sozialen Einrichtung gearbeitet habe. Ich war in der stationären Jugendhilfe und konnte da wirklich viele Erfahrungen für meinen beruflichen Werdegang mitnehmen. So, jetzt treffe ich aber den Studiendekan, der noch einige Fragen für uns klären wird. Ich freue mich sehr, ich sitze hier mit unserem Studiendekan Professor Wondraschek und er wird mir einige Fragen beantworten. Stellen Sie sich doch bitte gleich mal vor. Mein Name ist, wie Sie es gesagt haben, Prof. Dr. Bernhard Wondraschek und ich bin seit zehn Jahren hier an diesem wunderbaren Campus tätig als Professor für Theorien und Methoden sozialer Arbeit und seit zwei Jahren darf ich auch hier Studiendekan sein. Wo befinden wir uns dann hier eigentlich? Ja, Sie befinden sich in dem malerischen, oberbayerischen Dorf Benediktbeuern in der wunderschönen Klosteranlage der Salesiana Domboskos. Sie sehen schon, dass das ein alter Ort ist, der eine starke und große Bildungstradition hat und an dem Campus kann man eigentlich ideal studieren. Und warum sollte sich ein Student, eine Studentin gerade für diesen Campus hier entscheiden? Neben der Fachexpertise und der Qualität der beiden Studiengänge, nämlich dem Studiengang der Sozialen Arbeit und dem Studiengang der Religionspädagogik und kirchliche Erwachsenenbildung, möchte ich besonders hervorheben die Musikpädagogische Zusatzqualifikation, die wir seit ein paar Jahren anbieten, das heißt Musik steht hier im Zentrum, dann natürlich auch die Erlebnispädagogische Zusatzqualifikation, wenn Sie sich umschauen, wir sind von Bergen und Seen umrahmt und wo kann man nicht besser Erlebnispädagogik studieren als hier. Dann natürlich gibt es bei uns die Besonderheit, dass wir durch den Studiengang Religionspädagogik auch die Möglichkeit haben, das sogenannte Benedikt-Beurer-Modell, wir nennen es das Doppelstudium, das heißt, dass zwei Bachelor-Studiengänge zusammen studiert werden können in einem angemessenen Zeitraum und dadurch an mehr an Qualifikationen die Studierenden hier mitnehmen können. Vielleicht möchte ich noch erwähnen und das glaube ich ist entscheidend bei einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass wir sehr stark auch eine praxisbezogene, praxisorientierte Ausbildung haben, gerade im Bereich von Projektmanagement, denn unsere Studierenden müssen im Laufe ihres Studiums im dritten Studienabschnitt ein eigenständiges Projekt entwickeln, durchführen und auch evaluieren mit den Kompetenzen des Projektmanagements. Und für wen ist dieser Studiengang konzipiert? Wer kann sich hier bewerben? Jeder, also alle. Jeder, der die Hochschulzulassungsberechtigung hat, kann sich hier bewerben. Es ist nicht konfessionsgebunden, nicht gebunden, ob jemand gläubig ist oder nicht gläubig. Wir reden nicht nur über Diversity, wir leben die Diversity hier. Also ob es jetzt ein Christ ist, ein Buddhist, wir haben hier Muslime und Muslime, die hier studieren. Wir sind weltoffen an diesem wunderbaren kirchlichen Klosterort. Herr Wunderschick, vielen Dank für das Gespräch und danke für die Zeit. Gerne. Und ich möchte Sie einladen bei uns zu studieren, egal woher Sie kommen. Wir sind ein offenes, ein offener Studiengang, eine offene Fakultät, ein offener Campus. Es würde mich freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben würden. Und wenn du noch eine weitere Frage hast, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei. www.ksh-münchen.de Dann www.ksh-münchen.de www.ksh-münchen.de